Yo Leute, was geht? Diesmal kein Doppelpiece. Ich habe ein Problem, dass ich schon tatsächlich seit der Madeira Zeit mit mir rumschleppe und ich das Ganze auch so gesehen unbehandelt gelassen habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. So einige können sich daran erinnern. Der Vlog hat ja relativ viele Aufrufe. Ich war ja vier Monate auf Madeira. Das wissen die meisten wahrscheinlich noch, aber in den vier Monaten hatte ich zwei Wochen extreme Halsschmerzen. Darüber habe ich auch berichtet, sodass ich dann teilweise auch mit einem Schalersatz und sowas rumgelaufen bin und ich konnte das nicht zuordnen. Das war so eine, da habe ich euch dann auch noch gefragt, weil das das erste Mal war, das sind so besondere Halsschmerzen, die nur auf einer Seite sind. Also es sind nicht mittige Halsschmerzen, sondern das sind Seitenstrangangina oder wie man auch immer das nennt, der Lymphknoten schwellt an und das tut halt extrem doll weh. So Lutschbonbons und sowas bringen gefühlt nichts, weil es ja keine normalen Halsschmerzen sind. Ich habe mir dabei auch nichts weiter gedacht, weil ich habe keine Mandeln mehr seit mein sechsten Lebensjahr. Seit meinem sechsten Lebensjahr habe ich keine Mandeln mehr und deswegen habe ich im Internet gesehen, dass man dafür besonders anfällig ist, weil man sich schneller infizieren kann. Das habe ich seitdem sechs Mal gehabt, diese Halsschmerzen. Davon rede ich auch nicht, das erzähle ich auch nicht, weil ich nicht die ganze Zeit rumheulen will. Halsschmerzen, Halsschmerzen. Ich habe ja auf diesem Kanal im letzten Jahr wirklich genug rumgeheult und da muss ich nicht noch in jedem zweiten Video sagen, ich habe die Halsschmerzen. Das ist tatsächlich auch der Grund, weshalb, also ja, also Hälfte, Hälfte, das ist auch so mit der Grund gewesen, warum ich keine Livestreams während das Wohnmobil Events gemacht habe. Ich habe ja drei Videos rausgehauen, wo ich das Wohnmobil hatte. Ich hätte gerne mehr gemacht. Einerseits war ich auch ein bisschen faul, weil ich es genießen wollte. Andererseits bin ich ganz ehrlich mit euch, die Zeit, wo ich das Wohnmobil hatte, hatte ich übertriebene, saumäßige Halsschmerzen gehabt. Bis hin zu diesem Punkt, dass ich abends wach geworden bin. Keine Ahnung, da bin ich irgendwann mittags eingeschlafen oder gegen 15 Uhr eingeschlafen habe, bis 18 Uhr oder so geschlafen. Und ich habe diesen übelst eisenhaltigen Geschmack im Mund gehabt. Dann gehe ich zum Waschbecken, nehme Wasser, spuck aus, komplett Blut. Ich habe übertrieben viel Blut im Mund gehabt. Das ist so eine Kombination aus anderen Dingen. Keine Ahnung, was das ist. Es kann auch mit meinem Zahnfleisch zusammenhängen. Jedenfalls ist der Punkt gekommen und deswegen dachte ich, dass in mir irgendwie so irgendwas aufgegangen ist und kurz danach war es weg. Auf einmal hatte ich keine Halsschmerzen mehr gehabt. Ich muss dazu sagen, ich hatte das davor schon oft, also wie gesagt, seit Madeira hatte ich das bestimmt schon, keine Ahnung, mindestens, mindestens, weiß ich nicht, 4, 4, 5, 6, ich kann es nicht genau sagen. Ich habe das auf jeden Fall richtig oft, diese Halsschmerzen. Und das sind auch nicht so Halsschmerzen, die zwei Tage sind, sondern die halten leider auch ewig an und wurden von Ärzten jetzt schon zweimal medikamentös behandelt. Ich habe dafür Antibiotika bekommen und dann hat sich das auch relativ schnell wieder erledigt. War allerdings sehr unzufrieden mit den Ärzten, wo ich war. Die waren sehr, die waren, keine Ahnung, der hat sein scheiß Holzstäbchen reingemacht, hat kurz mit der Lampe so getan, als ob er Ahnung hat und hat mir irgendwas verschrieben, damit er mit seiner Praxis Geld dafür bekommt, dass er irgendwelche Produkte verschrieben hat. Irgendwann, jetzt hat es wieder angefangen vor 4 Tagen, vor 4 Tagen hat es auf einmal aus dem Nichts wieder angefangen, dass ich die übelsten Halsschmerzen bekomme. Ich habe so ein leichtes Grummeln gehabt. Also ich wusste, das ist so eine Vorahnung. Man merkt es, dass es schon wieder langsam anfängt. Manchmal ist es, manchmal ist es nicht und dann ist es wieder doll geworden. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mal, ich bin ja privat versichert, mal in so eine private Klinik mich anzumelden. Also jetzt kein Krankenhausaufenthalt oder sowas. Und ja, da war ich heute und dann wurde ich auch Experten, fachgerecht, keine Ahnung. Ich bin da reingekommen, ich dachte, ich bin beim Zahnarzt und das sind aber alles Geräte, mit denen man untersuchen kann. Dann habe ich so einen Stab reinbekommen, dann hat er damit richtig tief reingeguckt, dann hat er noch irgendwelche anderen Sachen gemacht. Dann hat er da die Punkte abgetastet. Ich wurde noch nie so untersucht. Ich schwöre, das war krank gewesen. Irgendwo anders beim Arzt, die hauen dir so ein Holzstäbchen rein, das ekelhaft schmeckt. Der leuchtet da einmal rein und verschreibt dir Antibiotikum. Der hat alles gemacht. Ich komme da rein, er sitzt mit mir erst mal am PC und geht mit mir die Symptome durch. Zehn Minuten spricht er mit mir am PC und erstellt da durch ein Protokoll und fragt mich. Dann sage ich, ich habe an den Seiten Schmerzen. Oh, hast du das und hast du das? Und dann sage ich, ja, ja. Und ich schwöre, der war überkrank. Ich habe noch nie so einen Arzt gehabt. Der hat alles aus mir rausgesaugt, was sich ein bisschen komisch anhört, aber hat Informationen und hat durch seine Expertise, die er natürlich durch die Jahre aufgebaut hat, ein Bild aufgebaut. Dann bin ich, der hat einen Ultraschall gemacht. Der hat so ein Gerät gehabt und hat hier mit Ultraschall sich meinen Hals angeguckt. Ich bin ganz ehrlich, ich dachte tatsächlich erst, dass ich, das ist sehr weit gegriffen, aber dadurch, dass ich immer wieder extreme Schmerzen hier hatte, bis hin zu diesem Punkt, dass ich hier wirklich auch gespürt habe, dass hier was ist. Also der Lymphknoten, der war so angeschwollen, dass man das nicht gesehen hat. Man hat es nicht gesehen, dass es hier passiert ist, aber es hat wehgetan. Also jetzt, wenn ich anf... Ja, nee. Jetzt ist es nicht so, aber ich hatte... Der war schon so angeschwollen, dass es richtig wehgetan hat, wenn man hier auf den Lymphknoten drückt. Und dann habe ich schon an so dieses ganz Schlimme, an so Tumor oder irgendwas gedacht. Und deswegen bin ich jetzt zum Arzt gegangen. Und ja, jetzt kommen wir tatsächlich zum Punkt, der vielleicht auch zukunftsverändernd für mich sein wird. Und er hat mir gesagt, die Lymphknoten sind nicht der ausschlaggebende Punkt für die Entzündung, sondern es sind meine Stimmbänder. Ich habe ihm erzählt, was ich mache, womit ich alltäglich zu tun habe, wie intensiv ich meine Stimme benutze. Und er hat mir einfach gesagt, du schreist zu viel. Deine Stimmbänder sind extrem strapaziert, sie sind gerötet, sie sind entzündet. Und Digger, er hat nicht Digger gesagt, aber wenn du so weitermachst, dann kann es auch durchaus passieren, dass du deine Stimme verlierst. Und das nicht nur so auf, oh, eine Minute mal keine Stimme, so auf heiße angelehnt, sondern wenn die Stimmbänder reißen oder da irgendwas ist, das kann für immer bleiben. Und dann sitze ich hier vor meinen YouTube-Videos und mache... Ja, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin ein Mensch, ich bin ein extrem impulsiver Mensch, der gerne sehr viel rumschreit. Und ich kann das nicht kontrollieren. Auch wenn mich irgendwas ingame oder so, wenn ich am PC bin oder wenn ich am Straßenverkehr bin, ich muss schon sagen, ich bin im Straßenverkehr jemand, der schon mal lauter wird. Ich bin nicht so einer, der jetzt irgendwie so das rumreißt, um mir jemanden auszudribbeln oder sowas. Aber ich bin schon mal jemand, der mal, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt oder jemand ganz komisch einschert, dann bin ich schon mal jemand, der so rumschreit. Das ist aber so impulsiv in mir, das kriege ich nicht weg. Also in dem Moment, wo ich impulsiv bin, denke ich nicht daran, dass ich meine Stimmbänder nicht überreizen kann. Ihr kennt mich aus Streams, ihr kennt mich aus Videos, ihr habt mich vielleicht schon mal in WeLive gesehen. Ihr wisst, ich bin ein Mensch, der übertrieben gerne und viel rumschreit. Und jetzt sagt mir ein Onkel Doktor, dass ich in Zukunft vielleicht mal lernen sollte, auch zu reden. Er hat mir gesagt, ich soll zu so einem Sprachtraining gehen, um bewusst meine Stimme einzusetzen. Ich habe mich da noch nicht mit auseinandergesetzt, aber Sänger und sowas, die machen das auch. Die setzen ihre Stimme gut ein, also gelernt ein so, dass sie ihre Stimmbänder nicht zu sehr strapazieren. Ich mache es so, wie es nicht gut ist. Meine Stimmbänder sind entzündet und die Entzündung strahlt hier nach außen hin, zu meinen Lymphknoten. Das müsst ihr euch vorstellen. Und welcher normale Arzt wäre darauf gekommen? Wenn ich zu einem normalen Hausarzt gegangen wäre, der mir so ein Stäbchen da rein tut, der hätte mir doch niemals gesagt, dass die Entzündung von meinen Stimmbändern kommt. Das war die einzig richtige Entscheidung für mich gewesen, endlich mal zu einem richtigen Arzt zu gehen. Und ich habe noch nie so einen krassen Arzt gesehen. Was heißt das für meine Zukunft? Keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, ich kann das gerade noch nicht so ernst nehmen. Ich kann dieses Feeling, er hat mir gesagt, wenn du es wirklich übertreibst und nicht aufhörst und wenn du nicht lernst, mit deiner Stimme richtig umzugehen und mit dem Druck, den du natürlich auch beim Schreien aufbaust, dann kann es, es ist auch sogar wahrscheinlich, dass du deine Stimme verlierst, weil irgendwas passiert. Und das ist irreparabel, wenn irgendwas mit deinen Stimmbändern ist, dann sind die kaputt. Und wenn du die kaputt machst, dann bleiben die oft kaputt. Und dann bin ich wirklich so, also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man keinen Stimmbänder mehr hat, wie sich Reden dann anhört. Keine Ahnung, aber ja, wie das zukunftstechnisch für mich weitergehen soll, sodass ich kontrolliert darauf achte. Ich werde dieses Sprachtraining machen. Ich muss dieses Sprachtraining machen. 100% werde ich das machen, damit ich lerne, wie man richtig spricht. Und damit meine ich nicht die Aussprache, sondern damit meine ich, wie man den Druck richtig aufbaut. Das gibt, mit irgendwen habe ich schon darüber geredet, auf Discord. Das gibt so das Sprechen von hier, das gibt das Sprechen aus dem Bauch heraus. Und das kann man lernen. Und dann kann man seine Stimme gesünder einsetzen und sogar lauter einsetzen. So, und das muss ich auf jeden Fall machen, weil sonst, das erklärt so vieles, Alter. Ich habe so übertrieben oft aus dem Nichts auf einmal Halsschmerzen bekommen. Und ich dachte mir so, hä, ich mache doch nichts. Wieso bekomme ich denn Halsschmerzen? Junge, ich sitze hier bei 30 Grad in der Wohnung auf einmal Halsschmerzen, weil da irgendwelche Bakterien sind. Einfach die Stimmbänder, die ausstrahlen. Was ist das denn? Ja. Das ist der Punkt der Tatsachen. Das wollte ich euch mitgeteilt haben. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich weiß nicht, wie das zukünftstechnisch, also es wird weitergehen, natürlich. Wie ich das für mich vereinbaren kann, ob ich das wirklich umsetzen kann, sodass ich dran denke. Ich bin ganz ehrlich, Alter. Man, ich bin so ein impulsiver Mensch, der immer laut rumredet. Ich habe auch so, meine normale Redestimme ist dreimal so laut wie die von Leuten, die reden. Also es ist oft so. Wirklich, ich rede sehr laut. Ja, keine Ahnung. Na gut, Leute. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten leisen Video. Wow. 24 und Stimmbänder entzündet. Nice.